Jo, was geht ab, die Leute? Hallo, Tessie. Willkommen zu einer neuen Folge von einem Chart des 4 Thieves Enzo. Ich hab'n Weg gefunden. Ich hab'n Weg gefunden. Ich hab'n Weg gefunden. Geh' einfach mal durch. Ja, that's right. Wir haben'n Weg. Perfekt. Pech, hä? Ja, Pech, kann man so sagen. Boah, wieder eine Wall of Text. Wie gesagt, Leute, wer das alles lesen will, drück' mal bitte kurz Pause. Weil für mich ist wieder zu viel, äh, boah. Nee, 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 nee. Ah, arme Schweine. Gut, hier geht gar nichts. Okay, wo müssen wir denn anfangen zu klettern? Hier. Wolltest du da hochklettern? In den Stiefeln? Ja, das war natürlich die Stiefeln, die... Oh, 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 oh. Ruhig bleiben, Nate. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ach, ein Kletterhaken. Ah, okay, verstehe. Das geht. Äh, das geht. Fast da. Sehr gut. Und einmal rüber. Super nice. Und jetzt? Schau, 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 schau. Oh, scheiße. Oh, Jesus Christ. Und wen von Ihnen haben Sie gesehen? Dein älteren Bruder hat ein paar von uns... Du wirst mich doch. Warum machst du nicht das, was ich dir sage, dass du tun sollst? Wait a second. Das verwirrt mich gerade auf so vielen Ebenen. Ach so, warte, warte. Dein älteren Bruder hat ein paar von uns erschossen und ist abgehauen. Glaubst du, der andere lebt noch? Wenn du eine Leiche zählst, dann bleibe ich auch dabei. Wie haben die das Frag überlebt? Wir haben mehr Glück als Verstand. Tja, auf eine Glückssträhne endet. Mal sehen. Hä, wie komme ich denn auf die Plattform, wo die sind? Wo bin ich denn gerade? Okay. Okay. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde jetzt hier zwingend keine Schießerei anfangen. Ich weiß noch nicht, wie viele das sind. Ich habe es jetzt noch nicht ganz rausbekommen. Wie läuft's? Hast du Insektenspray? Ja, noch einen Rest. Diese Moskitos. Verbrauch nicht so viel. Ich glaube, das wird keine kurze Mission. Ich sehe den Sinn darin nicht. Schätze im Wert von Millionen. Darum geht's. Piraten Schätze sind was für Kinder. Wenn wir weiter Märchen nachjagen, gehen wir noch alle drauf. Ingenieur ist es doch... 108 ist schon mal eine beachtliche Zahl. Ich habe gerade was gesehen. Vorsichtig! Was Interessantes? Nichts. Alles gut. Ja, dann verpiss dich. Die beiden müssen weg von mir. Obwohl... Ich muss gerade überlegen, wie ich das mache. Das ist bei mir so eine Waffe mit Schalldämpfer. Das ist einfach Wahnsinn. Wie komme ich denn zu ihm rüber quasi? Achso, ich muss da, nach da und nach da. Ich will dir nur etwas Kultur reinbringen. Behalte deine Kultur für dich, bitte. Banausen. Ihr seid alle Banausen. Ich bin... Keine Ahnung. Der ist einfach so von der Klippe übergeschrieben worden. Wunderbar. Ja, ne? Das war vollkommen verrückt. Die waren auf jeden Fall gute Fortschritte. Ach, der ist mir zu weit weg gerade. Das wäre jetzt, glaube ich, eine Slow-Pace-Folge, könnte wirklich sein, was wirklich sehr, sehr langsam geht. Weil ihn muss ich auf jeden Fall nochmal packen. Ihn muss ich mir auf jeden Fall packen. Nein, 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 nein. Oh! Stark gemacht, stark gemacht, stark, stark, stark. Oh, ich habe irgendwas gehört. Auf. 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 Hey. Keine Sorge, mache ich. Mann, ist das heiß. Und wenn man bedenkt, es ist noch nicht mal Mittag. Ich würde ihn jetzt gerne nicht runter schmeißen, wenn es geht. Ich muss irgendwo anders anfangen. Ich muss irgendwie anders anfangen. Das ist von Anfang an nicht gut. Das ist in einer Kr pegar oder nie. Das ist eine Kr히. Und der ist in einer Krise. Wie ist die Krise, die Gliede irgendwie einfach. FCH. Ich habe die Krise, die bei uns waren. das war jetzt eigentlich das ist eskaliert fach das an fach fach wir haben sich alle hey Fuck, das wollte ich bis dahin nicht so eskaliert, scheiße, ey, ich war mega gut drauf, Alter, unwitz, ich bin hier weg, wo ist hier das motherfucking Sniper, warte mal kurz, was sind das hier alles, das ist eine Condor, wie viel Schuss hat die, bringt mir gar nichts, hat zu wenig Schuss für mich, okay, ihr beiden seid da, seid ihr wirklich hier beide, oder was, also die, ne, da oben ist unten, das meine ich, mehr sehe ich aber auch hier nicht rumlaufen, warte mal kurz, wenn die drei mehr oder weniger, vier sind es noch, Alter, wie viel sind denn das, ist doch übertrieben schon wieder, das ist doch ein bisschen sehr übertrieben, oder, das Problem ist, die vier hängen aber auch nicht zusammen, ich müsste wieder jeden einzelnen ausschalten eigentlich, oh, die Frage ist das ist gerade wie, okay, ein Sniper ist da vorne, alles klar, was ist schon wieder zu Jetzt rein haben wir es Leute? Aber wir clear, haben es geschafft irgendwie? Ach, das bringt mir gar nichts. Ich glaube wir sind frei, oder? Das sieht so aus. So liebe Leute, ich mache euch immer einen Freund, Greg bedenkt euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part von Uncharted 4. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.